Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bones und heute wie versprochen der ultimative, ich hoffe ultimativ und dass hier noch keine Fragen offen bleiben, Guide zu Achtermünzen. Ganz wichtig für alle, die noch ganz early im Game sind oder gerade mit dem Game angefangen haben, aber sich schon ein bisschen erkundigen wollen über das Endgame. Den empfehle ich auf jeden Fall mein erstes Endgame Video von vor einer Woche ungefähr zu schauen. Und das baut nämlich hier, also hier das Video baut darauf auf, wäre schon ganz gut, wenn ihr da ein wenig Vorkenntnisse habt, damit ich nicht komplett ausholen muss, was sind Achtermünzen und wie kriegt ihr die. Heute geht es darum, welche Manufakturen ihr mit Achtermünzen am besten boosten solltet, welche Seiten im Buch am besten sind, wann ihr expandieren solltet nach Afrika und Telok-Panjara und was die beste Routen sind, um die Achtermünzen abzufahren, welche Manufakturen ihr boosten solltet. Deswegen würde ich sagen, starten wir einmal rein und fangen direkt mal an, was überhaupt Achtermünzen sind. Achtermünzen sind die Währung, die ihr im Endgame bekommt, um die es sich eigentlich komplett dreht, mit denen ihr im Schwarzmarkt Items kaufen könnt. Und auch Waffen und auch Skins und auch Materialien, die wichtig sind, um Dinge bauen zu können. Ich muss ganz ehrlich sagen, mal abgesehen von den Waffen ist es eigentlich relativ useless. Klar, den einen oder anderen interessieren bestimmt auch Skins, mich tatsächlich eher nicht so. Und wenn man einmal die Sachen hier gekauft hat, dann hat man die auch. Es ist eher so, dass man die Achtermünzen braucht, um noch mehr Achtermünzen zu generieren, was ein bisschen paradox ist. Man nutzt also seine Achtermünzen, die man sich hart ergattert hat, um noch mehr Achtermünzen zu bekommen und setzt It's theoretisch. Eigentlich macht das Endgame, so wie es ist, keinen Sinn, weil ihr keinen Benefit davon habt, dass ihr mehr Achtermünzen bekommt, außer noch mehr Achtermünzen zu bekommen. Es gibt eigentlich kein Ziel, was ihr ganz am Ende des Tunnels habt, wo ihr sagt, ey, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich irgendwas. Sondern der Weg ist hier das Ziel. Wenn ihr Achtermünzen bekommt, könnt ihr die einsetzen, um noch mehr Achtermünzen beim nächsten Mal zu bekommen. Es gibt ein paar grundsätzliche Regeln, die ihr beachten könnt, um Achtermünzen nicht zu verschwenden. Das sind einmal die Forts. Da gibt es in Afrika und der Roten Insel insgesamt eins, falsch, eins, zwei, drei Stück von. Diese Forts solltet ihr auf gar keinen Fall hochleveln, weil diese Forts haben keine Zulieferwege. Bedeutet, die kriegen nur den Boost von dem Gebiet. Ich kann das euch mal hier zeigen. Nur den Boost von dem Gebiet und haben keine Zulieferwege. Kriegen also in der stündlichen Produktion sehr, sehr wenig. Bedeutet als Grundsatz, die Forts, Forts Dubois, Grandfort und auch Fort Delis solltet ihr so wenig wie möglich Beachtung schenken, weil die am wenigsten Produktionsrate von allen Manufakturen haben. Zweite Grundsatzregel, levelt keine Manufaktur höher als Stufe 6 oder dann 7 oder 8. 9 und 10 auf gar keinen Fall, das erst ganz am Ende. Aber für alle, die gerade rein starten und sich fragen, wo soll ich die Achtermünzen reinpacken, grundsätzliche Antwort ist, ballert keine Manufaktur höher als Stufe 6 oder 7. 6 würde ich sagen, ist der Sweetspot für euch erstmal, weil gerade in der Roten Insel, bevor ihr die 2000 Achtermünzen, die ihr zahlen müsst, um eine Manufaktur von Stufe 6 auf 7 zu bekommen, bis ihr die wieder drin habt, jetzt als Beispiel hier bei Gießerei Saad Joa, könnt ihr euch ja mal selber ausrechnen, ihr bekommt 5 Produktionen mehr pro Stunde und zahlt 2000. Da braucht ihr ja 200 Stunden bis ihr, 400 Stunden meine ich natürlich, bevor ihr überhaupt da ein Gewinn rausholt. Den einzigen Vorteil, den ihr dadurch hättet, wäre, dass es mehr lagern kann. Aber grundsätzlich würde ich euch sagen, wenn ihr mich fragt, alles auf Stufe 6 Maximum bringen und dann seid ihr schon mal auf einem guten Weg. Dann ist die Frage, ey, wann soll ich denn Afrika kaufen? Und das kommt ganz darauf an, was ihr für ein Spielertyp seid. Wenn ihr unfassbar viel Zeit habt, um Achtermünzen zu farmen und viel Zeit habt zu spielen, dann würde ich sagen, so früh wie möglich Afrika holen. Weil in Afrika gibt es erstens Manufakturen, die übel viel produzieren und jede einzelne Manufaktur gibt euch vom Start weg 50 mehr pro Stunde. Was ja natürlich viel mehr ist als ein Level in der Roten Insel. Bedeutet, wenn ihr Vielspieler seid und das Maximum rausholen wollt, dann solltet ihr so früh wie möglich, so früh wie es nur irgendwie geht, die 5.000 Achtermünzen zahlen und euch Afrika holen. Und auch in Afrika gilt der Grundsatz, alle Manufakturen auf Level 6 ziehen. Bis auf ein paar Manufakturen, die ihr viel höher ziehen könnt. Es gibt nämlich in Afrika viele Manufakturen, die sehr viele Versorgungswege haben. Gerade hier sieht man das, glaube ich, ganz gut. Und die lohnen sich extrem hoch zu leveln, weil die pro Stunde extrem hohe Produktionsraten haben. Und diese Manufakturen heißen Fong de la Baye, Port de Mines, La Colonie, Bandari, Jive und in der Roten Insel gibt es eigentlich nur eine, die sich lohnt und das ist Tanjona. Und die allerbeste Manufaktur von allen, von Rote Insel und auch von Afrika ist Harufo. Ich habe Harufo hier gerade auf einem Boost und Harufo auf der höchsten Stufe mit allen Bonis, die zeige ich euch gleich noch, macht 5.000 pro Stunde, wenn ihr die geboostet habt. Also Harufo ist mit die allerbeste, es ist die beste Manufaktur, die ihr early haben könnt. Bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch sagt, ey, ich will so schnell wie möglich Harufo haben, müsstet ihr so schnell wie möglich Afrika kaufen und dann versuchen mit einer Übernahme Harufo zu bekommen, das auf Level 10 bringen und dann könntet ihr anfangen die zu boosten und könntet auch nur mit Harufo spielen und dort richtig, richtig viele Achter Münzen pro Stunde bekommen. Ich fasse nochmal zusammen, mein Tipp für euch ist, alle Manufakturen auf Level 6 ziehen auf der Roten Insel, dann Afrika kaufen und dort auch alle Manufakturen auf Stufe 6 ziehen und dann die einzelnen Manufakturen, die extreme hohe Produktionsraten haben, durch die Versorgungswege auf Stufe 7, 8, 9 und 10 zu ziehen und erst danach alle anderen hochzuziehen. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, ey, Lu, was ist denn mit Niederländisch-Indien? Niederländisch-Indien habe ich selber noch nicht freigeschaltet, ich glaube, das sagt ganz gut, was ich davon halte. Ich würde euch raten, konzentriert euch erstmal auf Rote Insel und Afrika und wenn ihr hier alle Manufakturen auf Level 9 oder 10 habt und ihr nur noch einmal am Tag sammeln müsst, dann kauft ihr euch Niederländisch-Indien, falls ihr noch wollt. Weil ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr soweit seid, dass ihr hier alle Manufakturen habt und dann alle Manufakturen leeren müsst, was über eine Stunde dauert, dann ist die Frage, ob ihr noch Lust habt, das ganze Ding in Niederländisch-Indien nochmal zu machen. Wenn ihr dann soweit seid, dann braucht ihr auch nicht mehr meine Tipps für Niederländisch-Indien, dann schaltet ihr das frei und dann seid ihr die Profis. Heute geht es eher darum, für alle, die jetzt gerade angefangen haben, ihre Manufakturen zu leveln, was die nächsten Steps sind. Und meine Empfehlung für die nächsten Steps sind, wie gesagt, alle auf Stufe 6 bringen, Afrika kaufen, alle auf Stufe 6 bringen und dann die einzelnen Minen, die viel bringen auf 10 und dann den Rest. Für alle, die den besten Weg haben wollen, wie sie am besten um die Insel fahren, um sie komplett einmal abzuholen, könnt ihr euch hier einmal quasi einen Screenshot machen und das dann für die Zukunft benutzen. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch ein Thema offen und zwar das Buch. Fürs Buch gehe ich einmal hier in den Ruderclub, weil das Buch ist eigentlich relativ einfach erklärt. Beim Buch gibt es eigentlich nur eine Seite, die für euch interessant ist und das ist die letzte Seite, die Imperium-Seite. Das habe ich hier gerade schon auf Level 17 und ihr seht, gerade auf Level 17 gibt es eigentlich den krassesten Boost von allem und zwar 50% Boost auf die Handelsrouten. Und ich würde euch empfehlen, das Imperium zu machen, sobald ihr Afrika freigeschaltet habt. Sobald ihr Afrika freigeschaltet habt und startet, die Manufakturen in Afrika durch eine Übernahme zu holen, solltet ihr alle Achtermünzen, die ihr währenddessen bekommt, in das Imperium stecken, damit ihr so früh wie möglich diesen Handelsrouten-Bonus bekommt von 50%, was euren kompletten Income sowohl auf der Roten Insel, wo ihr ja jetzt schon Level 6 und Level 7 Manufakturen habt, als auch Afrika extrem erhöht. Dann würde ich zum Abschluss gerne noch erklären, wie man so eine Versorgungsfahrt aktiviert, weil ich glaube, das wissen auch viele nicht, wie das funktioniert und das wird auch am Ende relativ wichtig, gerade wenn ihr Harufo, wie ihr hier seht, mit 5000 pro Stunde boosten wollt. Dafür auch schon mal ein Top-Tipp für alle, wenn ihr Wacholderbeeren bekommt, dann spart die, weil Wacholderbeeren braucht ihr, um Harufo zu boosten. Deswegen jede einzelne Wacholderbeere behalten und im Lager packen und dann, sobald ihr das Imperium auf 17 habt und Harufo auf Stufe 10 in Harufo packen, um zu boosten. Und was müsst ihr für das Boosten beachten? Wenn wir uns jetzt hier mal eine andere Manufaktur anschauen, dann seht ihr hier Versorgungsfahrt deaktiviert, abliefern, Mond 128. Ganz wichtig, diese Zahl, die dort steht, ist leider nicht ganz korrekt, da hat Ubisoft wieder ein bisschen reingeschissen. Das sind immer so ungefähr 20, 30 mehr als das, was da steht. Deswegen müsst ihr immer ein bisschen mehr in eure Fracht packen, als das, was da wirklich steht. Als Beispiel nehme ich natürlich Harufo, weil das hier am meisten Sinn macht. Und da seht ihr abliefern, 173 Wacholderbeeren. Ich habe jetzt in der Fracht 300 Wacholderbeeren. Wie gesagt, immer ein bisschen mehr einpacken, weil die Zahl, die dort steht, nicht stimmt. Das seht ihr jetzt auch, wenn ich nämlich jetzt mit Harufo interagiere, dann seht ihr hier ganz unten Versorgungsfahrt plus 900%, 230 Wacholderbeeren. Es sind also sogar 60 mehr gewesen, als das, was mir angezeigt wurde. Und wenn ich jetzt hier auf Start drücke, dann läuft die Zeit runter. Wichtig, im Imperiumsbuch könnt ihr auf den letzten Seiten bis zu 5 Minuten Boost mehr bekommen. Wenn ihr das Imperium noch nicht gelevelt habt, dann sind standardmäßig 15 Minuten. Ich hoffe, das Video hat die allermeisten Fragen von euch beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt, dann joint gerne den Discord. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Oder schaut auf Twitch vorbei, wo ich jetzt gerade und auch die nächsten Tage und auch die letzten Tage sehr, sehr viel online war. Also wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, dann kommt gerne in den Stream, kommt auf den Discord und fragt. Ich würde mich wie immer über eurem Follow freuen. Ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.